Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie einfach es ist, Inhalte einzufügen und welche Funktionen es hier gibt, soll es darum gehen, dieses Board so freizugeben, dass andere Personen hier drin arbeiten können. Das tue ich über die Schaltfläche Teilen. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann kommt erstmal ein Kontextmenü, wo ich ganz rechts erstmal die grundlegenden Zugriffseinstellungen festlegen kann. Das heißt, hier steuere ich, ob das Board überhaupt über einen Link freigegeben wird und ich kann es auch mit einem Passwort absichern, sodass nur Personen, die das Passwort kennen, zusätzlich zu dem Link eben das Board nutzen können. Auch kann ich hier die Rolle festlegen, derer, die in das Board gehen. Es gibt drei Stück. Es gibt den Betrachter, den Kommentator und den Bearbeiter. Der Bearbeiter, der hat die gleichen Rechte im Prinzip wie ich in diesem Board. Er kann Inhalte erstellen, er kann auch Formen erstellen und Pfeile und Kommentare und er kann auch von allen anderen die Inhalte verändern, verschieben und auch löschen. Der Kommentator, der kann lediglich diese Post-its, die Sticky Notes erstellen und kann Kommentare erstellen und kann auch nur seine eigenen Inhalte verändern und löschen, nicht die von den anderen. Und der Betrachter, der hat lediglich, ja, Betrachtungsrechte, kann nur sich anschauen und nichts verändern. Im Bereich Einladen kann ich dann auch nochmal sehen, jeder, der den Link hat, hat Zugriff als Kommentator und kann diesen Link kopieren und diesen Link gebe ich dann gezielt an andere Personen weiter. Zudem kann ich aber auch nochmal einzelne Personen unter einer besonderen Rolle, zum Beispiel auch als Bearbeiter, zusätzlich nochmal mit einladen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer öffnen dann das Board in einem neuen Browser und kommen dann erstmal an das Fenster und werden gebeten, sich entweder zu registrieren oder sich in einen Gastzugang anzumelden. Ich empfehle hier einfach den Gastzugang, weil hier auch keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Hier geht es einfach darum, einen Namen anzugeben, einfach, dass Arbeitsschritte auch nachvollziehbar bleiben. Die Datenschutzbestimmungen müssen zugestimmt werden und dann geht es als Gast mitarbeiten. Und ihr seht jetzt schon, hier oben die Navigationsleiste, die ist ein bisschen eingeschränkter als die, die ich vorhin oder in dem letzten Video auch gezeigt habe. Das liegt jetzt, wie gesagt, an dem Status des Kommentators. Das heißt, ich habe jetzt auch, wie gesagt, die Hand und den Pfeil, um mich in dem Board bewegen zu können. Ich habe dann auch das Stiftsymbol, um drin schreiben zu können und wie gesagt, die Sticky Notes und die Kommentare, die ich einfügen kann. Deshalb muss ich einfach schauen, was sollen die Personen machen können, mit denen ich im Team arbeite? Sollen die über alle Rechte verfügen, sollen die nur kommentieren können, sollen die sich das nur anschauen können und kann so dann im Prinzip das Board für externe Leute freigeben, sodass wir auch gemeinsam drin arbeiten können. In der Übersicht des Hostes, das ist die, die wir jetzt hier sehen, können wir rechts oben auch die einzelnen Benutzerinnen und Benutzer sehen. Die werden hier mit ihren Icons auch angezeigt. Das heißt, auch wenn nachher 20, 30 Leute, Personen da sind, bekomme ich dann hier eine lange Namensliste von den Personen. Und auch hier habe ich dann die Möglichkeit, bei einzelnen Personen einfach mit Mausklick auf den Namen dann die Zugriffsrolle zu verändern. Wenn mein Kollege oder meine Kollegin dann zum Beispiel mit dabei sind, kann ich einstellen, dass sie oder er die Rechte eines Bearbeiters hat und alle anderen dann zum Beispiel auch die Rechte eines Kommentators. Das ist relativ einfach auch umzustellen. Soweit zu den Rechten erst einmal. Im nächsten Video zeige ich, welche Moderationstools und Moderationsmöglichkeiten sich im Konzeptboard verstecken. Deswegen schaut euch die Videoreihe weiter an. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.